jetzt sind wir alle mit rovern unterwegs ich bin überlegt ob ich noch ein automatisches kanonengeschütz oder ich habe den tesla turm mit wir werden noch nicht gesehen was nehme ich denn noch ja gut wir sterben sowieso also passt schon das 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 fände schon mit stil ja die 500 bombe nehme ich auch noch mit und zack so erstmal so ein bierbeißer hier reinbeißen jetzt habe ich wieder nicht aufgepasst jetzt hätte ich fast wieder den fehler gemacht dass ich wieder was mitnehmen was ich jetzt stehen lassen müssen was denn ich wollte doch tubis rucksack nehmen ja und gab das ist ein kamerad ein feind sympathisierter mail ich habe muss lernen näher bei ihm zu bleiben dass es schneller geht aber sonst geht es gut es ratzfatz eigentlich muss ich sagen ich glaube wenn ich an der kanone hänge dann ist sie auch stabiler beim schießen ich bin hier oben gelangert hey jungs oh da ist irgendwas fragezeichen ja vor uns blinkt direkt was stimmt ich bin so dumm ich auch warum ich gucke gerade auf die karte und mein eigener rucksack erschlägt mich ja meine eigene waffe ist ein pirsche ich bin so richtig dumm alter was ein pirsche wo ich jetzt der rucksack das war natürlich nicht clever von mir das da oben zu spawnen acht werde ich die hände guck mal hier er will wieder ankommen gesehen wo ich gestorben bin rucksack ist hier wo ist der rucksack das hat einer meinte kostet ein wenig demokratie wir müssen das kirchernest ausschalten auch dahinten steht da erstmal eine spritze erst mal ein booster was auch erst da kommt ein pirscher in deine nähe er kotzt mich hier voll alter wo alter da ist die spinne von mir gefallen er war der 500 kilo bombe sollte reichen sollte die erwischen ja ich habe schon entschieden kann ohne drauf gehauen die bombe braucht zu lange ja 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 boah fuck oh fuck ja ich bin das down piss dich pirscher ja auch noch so ein pirscher fies ja und das nest ist direkt hier hinter dem hügel man sieht es leuchten den kotzer habe ich weg kacke ich habe keine ahnung ich muss mein stuff jetzt erstmal wieder finden öh ich auch äh scheiße ja das ist nervig dass die angezeigt wird ja das ist echt Hilfe ich komme Wulfi denn die so helfen wir so helfet wir so helfet wir hinten hab grad ein paar viele gegner was ist denn hinter mir auf einmal wir müssen das pirscher nest ausschalten ich bin auf dem weg ich habe mein schild das sind sechs pirscher achten scheiß alles nicht leben an 11 wir müssen hier weg 11 hat jemanden Laser ne leider nicht okay warte dann ja ich ich bin gespawnt und warum zähl ich kam nirgends wohin denn ist gespawnt tot oh hier sind überall pirscher ja man ist das okay wo ist dieses kacknest geh weg, geh weg, geh weg, nein schmeiß doch keine granaten nein ich bin tot lebt wohl lebt wohl gentleman tja das wars ich weiß nicht wo, ah hier ist das nest dahinter boah fuck alter boah fuck hat er mich auf das pirscher nest habe ich schon ausgeschaltet okay nice trotzdem kommen hier als nur welche ach da hat mich so ne artillerie getroffen alter was soll ich machen der zerhackt einen einfach es kommen noch immer mehr pirscher naja das wird immer schlimmer jetzt wir müssten da eigentlich weg boah wir sind viel zu lange auf eine stelle ich weiß gar nicht wo die ganzen pirscher herkommen ja die sind da ja auch gespawnt gewesen das war ja angesagt ich hol mir jetzt hier mein zeug und dann hol uns mal zurück ja ganz ruhig er steht da relativ sicher gerade ich wüsste nicht von wo die pirscher sonst kommen könnten das werden echt immer mehr ja ich sag ja wir sind zu lange auf einer stelle dann läuft weiter ich beschäftige die hier da kommt ne königin an ja ich wollte gerade sagen da kommt ne königin von hinten ja und ohne quip ja genau das ist auch mein problem ich versuche die gerade zu umlaufen und zu den leuchtpunkten dahinter zu kommen ha funktioniert das pirscher als müsste irgendwo da drüben sein von da kommen die oh fuck alter das stimmt ne alter lauft einfach scheiß auf die ausrüstung ja 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 Wenn du einmal aus dem Fluss bist, ist das so scheiße. Ich werde auch nur in einer Tour verfolgt, ey, ich komme nicht weiter, ey. Ach, die Scheiße. Alter! Alter! Hatte ich eine Artillerie getroffen? Ja. War gerade so relativ sicher eigentlich und dann kommt eine Artillerie über den Berg, aber richtig steil runter. Ey, Alter, das sind so viele Viecher, Alter. Ich habe immer Pircher hinter mir, Alter. Ihr Mixer! Ah, die sind nicht Viecher! Ich muss das nicht ausheben. Ihr kriegt mich niemals! Jetzt kriegt ihr mich. Alter, du kommst raus, Alter, und gleich überall die Gegner, ey. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ich habe das Mess zugemacht. Nice! So, jetzt können wir hier anfangen. Die wird förmlich überlaufen. Aber mega überlaufen. Ich habe nur Pircher. Ey, ey, ey! Ich habe Organisten weggemacht. Warum sind da noch mehr? Gibt es noch ein Drittes? Ich habe keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall total unnormal. Oh, fuck you, Alter. Ich denke, hast du sicher... Oh nein, jetzt hau ab! Ich würde fast sagen, die Mission können wir neu starten. Oh, egal wo ich langlaufe, Alter, überall die Viecher. Oh, ich komme nicht dazu, meine Sachen zu rufen. Der Pircher, ne? So eine Missgeburt. Jo, hier ist noch ein Pirschernest, ey. Ich flipp aus. Das ist nicht normal, das ist echt. Ist das ein Pirschernest? Ne, ne? Ne, das ist ein normales Nest. Das wird angezeigt. Halt die Fresse. Oh, ich könnte durchdrehen, Alter. Ey, du komm, ich habe fünf Pirscher hinter mir und ich kann nicht stehen bleiben. Ich kann... Verdrückt. Guck mal, da wirst du gerufen und neben dir steht so ein scheiß Säurespein der Hurensohn. Alter, da kommen schon wieder vier Pirscher. Ja, das ist der Hammer. Das ist nicht normal, was da gerade abgeht, ey. Von wo kommen die Drecksdinger? Ich weiß es nicht. Ich habe schon zwei Nester weggemacht. Eigentlich kann da keins mehr sein. Von da hinten irgendwo kommen sie. Ich habe da jetzt einen Tesla-Turm hingeworfen. Ja, da ist ein Nest kaputt. Wie können die dann davon da noch kommen, ey? Oh, hier eine Spinne kommt. Große. Pirscher von hier. Ey. Ach, da ist ein Spinner auf einmal. Boah, was? Wo kommt die denn? Alter. Ja, die Mission ist am Arsch. Ja, aber... Das ist ja das allerlächerlichste, was ich je gesehen habe. Versuch die mal zu picken. Mit deiner Kapsel. Ne, keine Chance. Das ist zu schade. Versuch was wert. Warte, ey. Ich habe 500 Kilo Bombe hingeworfen. Na, jetzt geht die weiter, die Fotze. Ja, die ist gerade scharf auf mich. Ja, und die Bombe hat mein Orbi versaut. Scheiße. Warte, Orbitallaser habe ich auch noch. Jetzt ist sie tot. Jawohl. Äh, warte mit der Verstärkung. Weil... Äh... Wenn noch einer drauf geht, dass zwei gespawnt werden. Haha, guck mal hier, die nächste Spille gleich mitgegrillt. Jawohl. Ja, ja. So muss das sein. Alter, aber krank. Oder? Das ist mehr als krank. Ich sage ja, das ist Heft. Oh, fuck. Das ist auch noch mal. Ich habe noch nie so viele Leben auf einmal verloren. Ne, das ist echt, das ist geisteskrank hier. Ey, und wir haben noch nicht eine Aufgabe erlebt. Okay, jetzt sollten wir uns ums Objektiv kümmern. Ja, ich wollte es gerade sagen. Einfach loslaufen. Irgendwas muss ich hier machen. Jo, ich hab die Codes. Schau mal. He, wahrscheinlich liefen die in einer Mission zu glatt. Jetzt müssen wir hier hoch. Ja. Da müssen wir nochmal... Vorsicht, Artillerie. Ich habe hier, glaube ich, einen Purschern gefunden. Mach weg das Ding. Oder was ist das hier? Ah, nee, ist ein Bunker. Keine Zeit. Boah, Alter, hier geht's ab. Was sag's hier? Alter Schwede. Der kommt gut. Hoffentlich hat er das nicht gereiht. Oder ich könnte es von 400 Kilo noch hinschicken. Ah, nice. Der hat auf jeden Fall getroffen. Ja, da sind aber noch die anderen zwei. Mhm. Oh, der ist missfiecht, lebt sogar noch, Alter. Oh, was war das? Oh nein. Ich hab da was ganz Böses hinter mir, ey. Oh, Alter. Alter, weg. Weg. Es wird, glaube ich, sowieso nur einer wiederbelebt. Ja, deswegen, äh, äh, warte noch... Ah? Okay. Zeig mir den Fall! So, hab ich hier irgendwas schon... Ich flieg raus. ...zurufen? Nö. Wieso hab ich eigentlich Brandminen im Repertoire? Ja. Hehehe. Ja. Also... Er ist raus. Fleisch ist raus. Ja, ich bin rausgeflogen. Äh. Kannst ja wieder beitreten, wenn du dir das antun möchtest. Bin am Terminal. Ich hab noch zwei Minuten Ablinkzeit auf mein Staff. Ja, das ist so Abtöne. Ja, weil die es verdoppelt haben aktuell, ne? Oh, hier sein Staff liegt hier noch. Zumindest hab ich jetzt nen Guard. Ach, ja, ich komme. Reicht, wenn du erscheinst. Ich will aber kommen. Okay. Mitten in... ...auf die Käfer. Ich bin aufm Weg. Aber vielleicht sind jetzt meine Orbi Laser wieder zurückgesetzt. Oh, nein! In zehn Sekunden würde er mich zurückholen. Boah, Alter. Mistvieh. Spinne. Warte, ich kill die. Die ist down. Ich bin aber dafür gestorben, wegen dem Laser. Okay, läuft. Egal, das war's mir wert. Könnt ihr das Objective erfüllen? Ja, wir sind schon dabei. Aber eine Palme, da meldet sich Kanz bereits. Boah mein Gott, ey. So, sechs und sechs. Nicht so Transformation auf. Geschafft. Okay, in die Richtung müssen wir. das noch schaffen dann weiß ich auch nicht wir haben natürlich schaffen wir das noch nicht dass du mich holen willst turi aber du brauchst noch eine minute 10 ich habe auch nach meinen abklinge zeiten für anderen scheiß geguckt so kann ohne kann ich gleich noch holen wie du da vorher immer salutierst damit das aufgeht steht im berg von leichen gerne was für ein schlachtfeld das hier ist kommt man das essen steht schon bei mir auf dem tisch was habe ich angefordert die kanone ja ich meine nachschub ich brauche mal ein paar spritzen ich habe keine mehr ich bin noch ein junkie ich muss auch immer spritzen setzen die fixer küche habe ich noch nicht bestellt hier ist ein bunker ich kann irgendwas schönes abstauben deck mich mal hier mit dass mein rucksack da ist gerade glück gehabt da war so eine kleine patrouille hier ist der bunker ja eine waffe ok was weiterkommt ja ich gebe rein ich hole die sachen und weiter geht's achtung links patrouille kommt geht weg geht weg geht weg ich lauf schon mal weiter als würde es wissen der ist durchgeprotzelt ich bin am termin pass auf irgendwas kleines ist auf dem weg zu dir stark gut 4 7 5 8 3 ok so wir müssen die dinger frei machen ich bin gerade dabei ich stehe wie gehabt am terminal wunderbar habt ihr geschütze dabei ich habe eins dabei ein tesla tour ich habe einen automatischen stell den tesla turm mal dahin ich habe nur brandminen dabei so ein bisschen da vorne irgendwo wo auch hier da kommt ordentlich was welche richtung sagt mir die richtung an hier habe ich 193 süd ok 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 ja wir sind jetzt bei sieben von neun vorsichtig kanone dreht ok gott habe ich getan die 500-Kilo-Bombe hat gesessen da kommt der nächste Fetty eine Sekunde zu früh, ich fass es nicht ja, der Ausrankiger wird gestartet oi oi ok Ladies, wir brauchen nur noch gleich den Evac in Anführungsstrichen ich guck grad, wo ist der da hinten mitten im roten Gebiet, eh also zu Not, ich habe auch noch einen Orbitallaser und die 500-Kilo-Bombe habe ich auch noch mal ok also zum Evokierungspunkt jetzt ja passt auf, hier sind Minen oh ne oh ist das hell, alter ist das hell ja man hört gar nicht mehr auf die Sonne geht auf da scheint es zu brennen da ist grad Sonnenaufgang immer positiv sehen ich soll sie stören solange die Käfer da drin sind ist alles cool ja ja aber so ein bisschen was fürs Gemüt für den Kopf nee das ist ein schöner Sonnenaufgang ah hier, ich ne noch mit Blinky-Bilder vorne mit da liegt ihr auf dem Weg ja kleine Viecherchen aber die Kriecher ach guck mal wie sie da aus dem Boden kriechen ja ja die Wegster ich hab mir so auch grad gedacht da ist ja nicht viel da kannst du ja nicht boah der ist geliefert äh der ist tot meiner ist auch tot komm schon Medaille, jawohl okay ich flitz weiter zum Evakuierungspunkt ah Dito oh hier ist auch noch was dickes anderwegs da kommt noch zwei nein ein Stürmer warte mal ich mach das mal eben anlass ich setz mal eben den Laser ein nee warte 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 ja weil da sind auch noch Nester ach so deswegen hab ich gedacht Achtung Artillerie Achtung Artillerie Artillerie incoming wo 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 gebiet gesichert ah ziemlich getroffen ich hab die Alter der Überführungspunkt ist offen wie mein Arsch ey Alter warum hast du denn den Arsch so offen halt ja komm guck mal an wir haben immer noch 11 minuten also die sind noch gut dabei die sind noch gut dabei wo ich gleich mein Tesla Turm hinfeuer nur wenn wenn ein Ausbruch kommt schmeißt den da irgendwo in die Nähe ich hau jetzt hier nochmal Brandminen hin da kommt auch nochmal Brandminen ich glaub den kann ich da mit hinfeuern ne Achtung Artillerie mein Tesla Turm geht auch gerade auch noch Dich nehm ich mit in die Hölle ich schau jetzt nochmal ein Laser raus jetzt schnapp den Plan an ja siehste das passt so wenn man genug dabei hat der grillt die da schön im Hintergrund ja auch zwei Minuten immer noch oder äh junge 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 alles mit Minen ich hätte sonst noch ne 500 Euro scheiße hier auf meiner Seite kommen sie auf 139 ja Stahlfeuer Nord Nord Ost kommen sie auch wenn ihr Brandminen habt da wieder ruhig welche hinfeuern oder da ja ne ne abklingt Zeit 30 Sekunden noch in welche Richtung ok ja da freue ich jetzt noch welche hin also ich hätte sonst noch ne 500 Kilo Bombe im Angebot ne ja zu Not komm schon komm schon noch einmal brandbomben jetzt komm her zack 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 irgendwo brandbomben da bei euch oder soll ich die auf meine Seite hauen ja mach die ruhig da vorne hin da rechts ja wie geil die in den Tower springen irgendwie wirds dunkel hier ja hier 138 neul guck mal wie schnell da der Mond auf geht oder was das ist die Sonne oder keine Ahnung einfach hochgekommen gerade boah das ist ja cool bei mir kommt ne Spinne oh ne jo auf dem Moment habe ich gewartet alter ja warte ich hier du dreckige Hure ach ne 500 Kilo Bombe kann ich da nie hinwerfen die ist zu nah ja Spinne ist weg der knallt überall alter ja ich bin dann mal weg Jungs ne ich auch ja ich steig auch mal ein keine Lust mehr wie das da knallt ey das ist ja wie in einem Film Alter Scheiß mega wir haben es geschafft ja ich speichere jetzt die letzten 30 ne doch die letzten 30 Minuten die speicher ich mir jetzt mal ab alter oh man Hammer ey ich habe damit nicht gerechnet ne ich auch nicht einfach krank ich habe auch nicht mehr damit gerechnet dass das Cent doch noch so wird echt alter Schwede mega definitiv aber wir haben zum Schluss echt gut gezielt alles verteilt an an Stuff was wir hatten von Bomben Minen Geschützen Schläge ja und auch richtig gut eingesetzt eigentlich dann ne ja eine verloren geglaubte Mission Runde gewonnen krass ja hätte ich nicht mit gerechnet definitiv nicht also was ist dann wiederum echt cool ne ja das war das schlimmste was ich bis jetzt in dem Spiel erlebt habe der schlimmste Start ever das war die schlimmste Mission wirklich du hattest diese Kotze diese Artillerie Kotze und diese Pirscher unendlich viele Pirscher ja ja ich sag ja das eine mal da bin ich geflüchtet da hatte ich erst ein Pirscher hinter mir und auf einmal hatte ich auf einmal zehn Pirscher hinter mir ich sag mal so ein Nest ist ja schon schlimm ne aber das ist nicht mehr witzig schön sie an Bord zu haben schön sie an Bord zu haben ja 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 ja